So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute geht es darum, wie man Efeu vermehrt und das ist eigentlich super einfach und wirklich ohne große Dinge, die man beachten muss, umzusetzen. Deswegen bleibt dran und seid gespannt. Also, wie gesagt, ich habe ein paar Anfragen bekommen, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie man Efeu vermehrt. Deswegen fangen wir damit heute mal an und ich werde euch das direkt auf dem Laufenden halten im Prinzip und werde da ein bisschen dokumentieren, auch zwischendurch und wie es so läuft. So, und man fängt halt erstmal an, nimmt sich irgendwo eine Efeu-Pflanze, kann man von draußen oder wenn ihr drinnen sowieso schon eine habt, dann von drinnen und schneidet ein bisschen was ab. Das hier ist eigentlich fast schon wieder ein Stückchen zu lang, ich sag mal so grundsätzlich 10 bis 20 Zentimeter ungefähr dazwischen, also 15 wäre so optimal. Das hier ist eigentlich wieder schon ein bisschen länger. Was ihr dann machen müsst, ist die Blätter im unteren Bereich eigentlich erstmal abzupfen, das heißt, dass die erstmal nicht später im Wasser stehen. Warum im Wasser stehen? Weil wir haben dann hier so ein Glas, was wir so ein bisschen mit Wasser füllen, ungefähr zur Hälfte, sag ich mal. Aber eigentlich sollte man noch ein paar mehr abzupfen, sodass ungefähr so 3, 4 bis 5 Blätter noch dran sind, weil jedes Blatt kostet natürlich Kraft und wenn das Ganze hier natürlich Wurzeln schlagen soll, braucht die Pflanze natürlich die Kraft hier unten und die Wurzeln zu schlagen und nicht hier oben, um neue Blätter zu entwickeln. Deswegen eigentlich so, wie viel habe ich jetzt hier dran gelassen? Ich habe sogar 6 dran gelassen. Allgemein würde ich so sagen, 3 bis 5 Blätterchen dran lassen, vor allem die oben dran lassen und unten einfach abziehen, wie gesagt. Wenn ihr das dann abgeschnitten habt, dann müsst ihr eigentlich nichts beachten, einfach abschneiden, Schere, Messer, ist eigentlich egal, auch wenn im Internet steht, das Quetschen und so. Also bei mir haben bis jetzt alle meine Abschnitte, die ich vom Efeu abgeschnitten habe, haben immer funktioniert. Also es gab da eigentlich nie Probleme. Ja, das heißt, wenn ihr das abgeschnitten habt, lasst ihr das erstmal so einen Tag trocknen, einfach liegen lassen, so wie ich hier auf der Spüle. Ich habe das schon gemacht, also ich habe es gestern abgeschnitten, hätte ich euch vielleicht nochmal filmen sollen, habe ich jetzt aber nicht gemacht, aber es ist auch eigentlich, es gibt da nichts zu beachten. Einfach abschneiden, 10 bis 20 Zentimeter abzupfen, einen Tag trocknen lassen und dann einfach in so ein Glas stellen, wo es so halb gefüllt ist, dann sieht das Ganze so aus. So, und jetzt stellt ihr es irgendwo hin, nicht auf die knallige Sonne, sondern, ja, ich würde mal sagen so im Halbschatten. Also es soll schon Licht drankommen, das ist wichtig, aber es soll nicht in der direkten Sonne stehen. Ansonsten, was mir aufgefallen ist, was immer besser klappt, ist, wenn das Glas ein bisschen abgedunkelt ist, so wie das jetzt hier. Durchsichtige Gläser sind da manchmal nicht so gut, aber selbst da hat es bei mir immer funktioniert. Es hat nur länger gedauert, also es geht dann halt schneller, wenn man so ein Glas nimmt. Ja, allgemein gab es da bei mir sowieso Unterschiede, also manchmal hat es zwei Wochen gedauert. Ich hatte aber auch schon mal einen, der war nach einer Woche schon komplett am Sprießen, deswegen, da müsst ihr selbst ein bisschen drauf gucken. Und ich zeige euch dann, wie es aussieht, wenn da schon die ersten Wurzeln rauskommen, dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal. So, wie ihr seht, das Ganze sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich hatte dann nach der Aufnahme noch ein paar Blätter abgezupft, sodass nicht mehr alle dran waren. Das Ganze sind jetzt acht Tage später, nachdem ich das erste Mal aufgenommen habe. Hier oben sieht man auch schon, ist so ein neuer Sprießling rausgekommen. Und unten sehen wir jetzt, dass hier, das sieht man ja gar nicht so gut, doch da sieht man es jetzt, dass da so Wurzeln rausschlagen, die ersten Wurzeln da raussprießen und keimen. Das ist irgendwie, weißer Hintergrund ist scheiße dafür, vielleicht hier vor der Gitarre. Ja, aber man sieht es ja auf jeden Fall, ja jetzt sieht man es sehr gut. Da sind so Wurzeln rausgesprießt und jetzt sind die auch eigentlich schon lang genug. Man kann es dann vielleicht noch ein, zwei Tage drin lassen, aber ich würde es auch nicht zu lang hier in diesem Wasser lassen. Und jetzt kann man das Ganze einfach einpflanzen, einfach ein Töpfchen nehmen. Man kann auch von draußen einfach Erde nehmen, das ist wirklich nicht schlimm. Der Efeu begnügt sich da eigentlich mit allem. Ich habe einfach ganz normale Blumenerde. Dann nehme ich dann dafür immer und hole mir dann so einen kleinen Topf. Das will ich auch gleich machen bei Seebach, so einen kleinen Umtopf kaufen. Und dann, ja, wie gesagt, werde ich das nochmal dokumentieren, wie es dann aussieht. Vielleicht nochmal allgemein zum Efeu. Warum ist es sinnvoll, Efeu im Haushalt zu haben? Efeu ist ein absoluter Luftfilter, eine absolut geile Zimmerpflanze. Erstmal wächst sie wie verrückt. Sie hat keine großen Ansprüche, kann man eigentlich stiefmütterlich behandeln. Das heißt, man muss da auch nicht so sehr drauf achten. Zum Thema Luftfilter vielleicht noch. Es gab mal so eine Studie von der NASA. Und da hat man einen Schimmelpilz befallenen Raum genommen. Das heißt, wenn man da reingegangen wäre und hätte die Luft eingeatmet, hätte man verschiedene Luftkrankheiten, also Luft-Lungen-Krankheiten bekommen können. Und dann hat man eine mittelgroße Efeu-Pflanze in diesen Raum getan. Und dann war das Ergebnis so, dass nach einem Tag, nachdem die da drin war, 94% dieser pilzerregenden Keime in der Luft weg waren. Ja, das heißt natürlich nicht, der Schimmel an der Wand war weiterhin da. Da kann der Efeu nicht groß machen. Aber man konnte den Raum einfach betreten und man konnte darin atmen. Und man hätte auch darin leben können, weil die Schimmelpilze gar keinen Zugang mehr zum Körper haben, wenn man nicht unbedingt an der Wand leckt, sage ich jetzt mal. Ist das eigentlich eine richtig coole Sache. Und genauso sieht es mit, ich weiß gar nicht, wie diese krebserregenden Stoffe, die ganz auf dem Haushalt sind, Benzanole, egal. Es ist auch ein Luftfilter für krebserregende Stoffe vor allem, die ja in Dämmmaterialien in den Wänden ist. Oder je nachdem, wie verschiedene Möbelstücke geleimt worden sind oder was da für Lasuren drauf sind. Oder insgesamt Kunststoffe im Haushalt. Ich meine, Plastiksitze von Ikea setzen einfach giftige Stoffe in die Luft frei, die wir dann einatmen. Und insgesamt ist die Luftqualität innerhalb von Räumen immer sehr schlecht. Deswegen, wie gesagt, so eine Pflanze, richtig cool. Stellt euch ein paar in euer Zimmer und ihr könnt sie, also jetzt zum Thema Efeu, einfach super geil vermehren. Es ist kinderleicht und es macht einfach auch Spaß. Es macht Spaß, sowas zu vermehren, das kann ich euch sagen. So, wie gesagt, dann gleich mal zum Ergebnis, wie es dann, ja, vielleicht nach einem Monat oder so aussieht. So, jetzt sehen wir hier mal das Ergebnis nach zwei Monaten. Ich habe das Ganze dann hier in so einem kleinen Umtopf. Das Problem ist, ich habe euch das nicht gefilmt, das tut mir sehr leid. Das Ganze in so einen Umtopf hier rein getan mit ganz normaler Pflanzenerde. Und dann habe ich mir noch hier so einen schönen Umtopf gekauft und so sieht das jetzt aus. Also er sprießt auch, hier vorne sieht man es. Ganz viele neue Blätter. Sieht auch richtig cool aus, also macht es sich hier im Zimmer auch richtig schön. Ich finde es genial. Wie gesagt, macht es nach. Es geht super schnell, super einfach, macht super viel Bock, wenn man einfach sowas, ja, selbst pflanzt. Also man hat so das Gefühl, man hat das selbst erschaffen sozusagen, was natürlich irgendein Schwachsinn ist. Aber es gibt einem ein cooles Gefühl. Es ist so wie sein eigenes kleines Baby, was man dann im Zimmer stehen hat. Und wenn man dann einfach noch weiß, cool, das macht geile Luft. Da macht es noch mehr Spaß. Wie gesagt, macht es nach. Es ist kinderleicht, wenn ihr darauf Bock habt. Und vielleicht habt ihr euch auch einfach inspirieren lassen und habt jetzt Bock, das zu machen. Dann kann ich euch sagen, macht es auf jeden Fall. Euer Christian. Euer Christian. Bis zum nächsten Mal.